Ja, kurzes Update aus der Tiefe des Stadtbahntunnelbaums. Der Kollege und sein Kollege waren hier. Wir müssen hier die Bodenplatte des alten U-Bahn-Tunnels noch wegmeißen. 1,80 Meter massiver Beton. Da kommt Freude auf. 2,80 Meter massiver Beton. 3,80 Meter massiver Beton. 3,80 Meter massiver Beton. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020